Hey Leute, um ehrlich zu sein, habe ich richtig lange drüber nachgedacht, was ich als mein erstes YouTube-Video machen will. Ob ich direkt einfach mit irgendeinem Tutorial oder Workout oder irgendwie sowas anfange. Oder ob ich erst so ein Vorstellungsvideo mache. Aber ich habe schon eins aufgenommen, aber irgendwie hat es mir nicht so gut gefallen. Deswegen habe ich gedacht, dass ich das jetzt einfach schnell so aufnehme. Ohne mir jetzt irgendwie Notizen oder so dazu zu machen. Sondern einfach halt so kurz sag, wer ich bin und warum ich den Channel eröffne. Okay, also ich bin Johanna und ich bin 17 Jahre alt. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch einfach Jojo nennen. Ich interessiere mich generell voll für Fitness und gesunde Ernährung und so. Um ehrlich zu sein, ernähre ich mich selbst gar nicht mal so gesund. Also ich gönne mir auch öfters irgendwas. Aber ich versuche schon darauf zu achten, dass ich im Großen und Ganzen ausgewogen esse. Und ich bin auch kein Fan davon, wenn man irgendwelche Diäten macht oder sich irgendwas verbietet. Weil ich denke, wenn man sich was verbietet oder so, hat man eh nur noch mehr Gelüste da drauf. Deswegen mache ich sowas gar nicht. Also so, keine Ahnung, wie ihr in, was weiß ich, zwei Wochen abnehmt oder sowas, werdet ihr bei mir auf dem Kanal auf jeden Fall nicht finden. Solche Videos kann ich von vornherein schon mal sagen. Ihr könnt mir ja immer gerne in die Kommentare schreiben, was ihr gern für Videos sehen würdet. Und vielleicht mache ich ja dann sowas, was ihr mir vorschlagt. Ich nehme diese Videos, die kommen werden zum einen auf, um andere zu motivieren. Vielleicht mit Sport anzufangen oder sich mit dem Thema Ernährung mehr auseinanderzusetzen. Aber auch, um mich selbst zu motivieren. Bei den kommenden Videos ist mein Zimmer auf jeden Fall mehr belichtet. Wenn gutes Wetter ist, kann ich euch auch gerne draußen Workouts aufnehmen oder so. Was ich auch noch sagen wollte, ich werde auf jeden Fall nicht nur Workouts und sowas zum Thema Fitness nur Sachen hochladen, sondern auch so Rezepte oder generell halt einfach Videos, worauf ich Bock habe. Ich will mich da gar nicht genau so festlegen oder so. Wenn ich genug Geld habe, um mir eine Kamera zu kaufen, werde ich das auch tun. Aber ich weiß auch noch gar nicht genau. Also ich kenne mich da nicht so gut aus. Und so lange werde ich auch einfach mit meinem Handy weiterfilmen. Also die anderen Videos, die ich hochladen werde, sind jetzt nicht so schlechte Qualität, hoffe ich, wie dieses Video. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich jetzt nicht unsympathisch oder arrogant oder sowas rüberkam. Und dass ihr mir ein Abo vielleicht da lasst und einen Daumen hoch. Und ja, vielleicht sieht man sich an den nächsten Videos. Tschüss.